Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner Matte. Deine Füße sind nebeneinander, Po- und Beckenbodenmuskulatur kräftig angespannt. Beuge mit der nächsten Einatmung sanft deine Knie und komme leicht in die Hocke. Gleichzeitig bringst du deine Arme unter Spannung und spreiz deine Fingerspitzen weit. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Deine Knie sind zusammen, Bauchnabel leicht nach innen gezogen, Becken sanft nach vorne gekippt. Rolle deine Schultern zurück und öffne den Brustkorb. Fersen liegen fest am Boden. Stirn, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Eine sanfte Variation der kraftvollen Haltung. Utkat Asana. Spüre die Kraft in deinen Beinen. Löse mit der nächsten Einatmung die Stellung. Strecke deine Arme nach oben und mache dich noch einmal ganz lang. Ausatmen, senke deine Arme, schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. net Aha. So, wie keinises,は die Knie und Ruvres.